Katharine Sitter-Jones gewährt einen Einblick in ihre Bilderbuch-Romanze. Diese Liebe altert nicht. Katharine Sitter-Jones, 51, und Michael Douglas, 76, sind bereits seit über 20 Jahren miteinander verheiratet. Doch von Entfremdung im Alter, Streitigkeiten oder gar Trennungsgerüchten könnten die beiden Schauspieler nicht ferner sein. Das beweist die Zorro-Schauspielerin nun mit einer herrlich romantischen Fotoreihe. Katharine postet eine Reihe von Schnappschüssen, die das Ehepaar knutschend und lachend vor dem Meer zeigt. Auf dem ersten Bild geben die beiden Hollywood-Stars ein zufriedenes Lächeln zum Besten. Auf Foto Nummer 2 folgt dann die stürmische Liebe, die zwischen den beiden, trotz zwei gemeinsamen Jahrzehnten, noch nicht erloschen zu sein scheint. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die Eheleute nicht manchmal auf den Geist gehen, wie sie im Video erfahren. Nach dem Knutsch-Foto gibt's dann das breite Lachen der Ehepartner zu bestaunen. Dazu kommentiert die gebürtige Wali-Serien passend, wenn gute Menschen schlechte Selfies machen, naja vielleicht nicht so schlecht und nicht so gut. Michael Douglas teilt den Liebespost auch in der Story auf seinem Instagram-Kanal und zeigt, dass er selbst mit 76 Jahren noch voll im Social-Media-Game drinsteckt. Die Fans sind aus dem Häuschen Die Fans lieben den Anblick der beiden Turteltauben und strömen gleich in die Kommentarspalte, um ihre Begeisterung zum Ausdruck zu bringen. Das ist wunderschön! Ihr seid ein unglaubliches Paar, schreibt ein Fan, während ein anderer kommentiert. Es ist menschlich unmöglich, dass Michael Douglas und Katharine Sitter-Jones jemals ein schlechtes Selfie-Bild machen. Zwei Kinder krönen das Familienglück Die wallisische Schauspielerin ist seit über zwei Jahrzehnten mit dem Wallstreet-Schauspieler verheiratet. Am 18. November 2000 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Im selben Jahr brachte Katharine ihr erstes gemeinsames Kind Dylan, 20, zur Welt. Drei Jahre später folgte dann Careys 18. Erst kürzlich teilte die stolze Zweifach-Mama Aufnahmen von der Schulabschlussfeier ihrer 18-jährigen Tochter. Die Zeit rennt, Kinder werden älter, doch die Liebe zwischen Katharine und Michael scheint nicht zu verblassen.